oh verdammt, 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 deckung, deckung, deckung ich seh mich schon, tot, genau das wollte ich sagen nein, jetzt bin ich ja hier unten, ich glaube dir nicht oh, da müsste klappen, müsste klappen, müsste klappen, nein, klappt nicht boah, der blöd man hier ist doch scheiße, wenn die da im Weg rumstehen gerade habe ich länger überlebt ouch ich sehe dich ich sehe dich was soll das denn das verstehe ich nicht, von wo ballert er denn ich meine klar, von links, ist das dann der Panzer oder mit lauf ich bin jetzt einfach hier hoch, die kömm ich mal na, das ist schon nicht schlecht ah ne, weiter, 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 weiter wo der Panzer sieht gut aus wo ist die denn, ach hier oben hoch mit dir verdammt verdammt nein jetzt lädt er nach schneller leck mich am arsch und höh da trifft er doch eh nicht so gut, oder? verdammt nein 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 ist gut, dass der Panzer immer genau weiß, wo ich bin, das find ich geil hauptsache diesen schatz entdeckt ja höhe kopfschutz oh schießt 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 wo ist außenrum ja der ist immer gut ich muss außenrum ach da und außenrum nach unten kann er sich nicht einfach irgendwo im schnee vorstecken boah komm fahre noch ein stück jetzt bräuchte ich c4 hier liegt doch nirgendwo was rum wo warst du und fragt da den denn der versteht ja noch eh nicht ganz schön sauber nur noch ein schuss da drin doch nur noch ein gegner panzerfaust ich glaube nicht ja er brennt jetzt und jetzt au 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 da hinten sind noch welche ich gehe mal kurz nach unten wo energie müsste ich als er voll haben ne kommt händen oh tötte ihn schnell boah ist viel geiler die fall so jetzt muss man nur noch da hinten hinkommen keine gute idee keine gute idee boah steck dich vier schuss noch mist ich nehme einfach mal alles hier mit boah voll angespannt ich habe keine lust hier alles nochmal neu zu machen ich weiß ja nicht wo der letzte kontrollpunkt war das kriege ich nie mit panzerfaust ja darf ich bitten da dafür hält er dann aus ja wo ist meine alte waffe weg geil das ist mir nie ganz so klar wo ich dann immer hin muss aber ich springe jetzt einfach mal durch das Loch hier oh der panzer ist hier unten oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein oh das ist keine gute Ausgangstellung hier geh weg Tenzin oh verdammt 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 nein 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 du musst einmal bild in farbe wieder wo ist denn hier die letzte panzerfaust aber dann letztlich immer davon aus dass ich den dreimal treffen muss ah er hat sie glaube ich da ist er scheiße soll ich jetzt dahin kommen oh Tenzin lenk ihn ab oh oh das ist aber ein toller tipp vielen dank für diesen tipp ja toll einfach hier hoch oder zu einfach hier ist nix hier ist bestimmt ein shop ja wo war sie denn hier 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 ist der Kanzer nehh wo ist die Panzerfaust nein versteck dich oh Mist da ist der Ochse ,... farbiges Bild bitte Aacağız der geht mir so auf den sack der pille man da so noch auf jetzt nur noch da eben rüberkommen zu der anderen panzer haus nach total unkaputt war der panzer da ist er doch eine panzer faust wie auf bestellung wo er bei den schafen sie haben schäfer natürlich weil er den dolch hatte keine diskussion wir müssen los okay gut dann rutsch rüber arschskill auf max ole hau rein ok er ist bestimmt im vorderen fahrzeug müssen sie einholen bevor lazarewitsch ihnen die finger kriegt